ja einen wunderschönen guten morgen meine liebe freunde ein bisschen wackelig mit der kamera aber herzlich willkommen zu einem weiteren video ich bin's euer tristan und ich bin gerade auf dem weg zu meinem auto dann werde ich heute wieder in den eigenen club fahren zu den würfelgöttern denn dort findet heute ein 40k turnier statt ich werde selber nicht daran teilnehmen aber ich werde euch mitnehmen und ja euch mal ein paar eindrücke einfangen was ich euch auf jeden fall sagen kann man merkt der herbst ist angekommen ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich noch mit irgendeinem Kontakt hat oder so, aber wir fangen jetzt an die Paarung zu machen und dann werden halt die nachträglich gepaart gegeneinander, die später kommen. So, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Das sind nur die Nephilim Secondary, da stehen halt auch die Secondary für die Armeen jeweils drin. Wenn ihr Fragen zum Gelände habt, weil wir halt nicht das BTC-Gelände haben, wie man ja schon sieht, wir haben eigenes Gelände. Wenn ihr Fragen zum Gelände habt, fragt mich oder den Dennis. Der Dennis, der macht den Hauptjudge jetzt hier, ist kein Problem. Eine Standardregel, die ich schon mal sagen kann für die Neuen, die da sind, weil uns gilt immer, unterste Etage ist komplett zu. Wir wollen das halt nicht immer alles zutackern und zukleben, dann sieht es scheiße aus. Deswegen, unterste Etage ist immer zu. Und wenn ihr zu anderen Sachen Fragen habt, ist das ein Krater oder was ist das, fragt uns einfach, wir haben eine Zeit dafür. Nur mal kurz zu den Secondary. Die aus dem Codex sind aber trotzdem noch legitim oder wie habt ihr das verstanden? Nee, die sind, du hast ja für Nephilim-Buch neue für deinen Codex. Mhm, okay, gut. Ja, die sind aktuell auf jedem anderen Turnier auch. Ja, und die? Ja, und die? Ja, und die? Achso, das ist schon, sorry. Geht, geht, im Moment, halt das Nephilim-Buch, und da ist ja für jede Armee sind ja die eigenen Secondary. Genau, weil ich sage, Karl-Aufgaben, das ist eigentlich, eigentlich ist die Läge bekannt, aber weil halt auch ein paar neue Leute dabei sind, da habe ich es nochmal gesagt, dass das halt nur liegen will. Kontrolliert bitte vor dem Spiel in die Platte und wenn ihr ein Problem damit habt, kommt zu mir oder zu Dennis. Wir hatten es beim letzten Mal, dass Leute Platten umgestellt haben, ich wusste nichts davon und in Platte 3 kommen die und sagen, irgendwie ist die Platte halt leer, warum in Runde 3? Und dann kann ich auch nichts mehr machen, ja? Wenn ihr was habt, dann kommt zu mir, dann gucken wir uns das an, Baulat, um wenn es sein muss, aber in Runde 3 kannst du da nichts mehr machen. So. Ähm, ach ja, und noch ein wichtiger Punkt, so. Das hier ist ein Hobby-Event mit Turniercharakter, ja? Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir hier alle fair und spaßig miteinander umgehen. Ich weiß, es ist ein Turnier, aber jetzt, so als Beispiel, weil wir das schon mal hatten, ja? Ähm, du kannst Drop-Hots, ja? Wenn Drop-Hots kommen, dann ist die, die bekommen Ende der Bewegungsphase, ja? Und wenn man dann da sitzt und einer sagt, ich stelle jetzt ein Drop-Hot und dann sagt man, ha, jetzt darfst du dich nicht mehr bewegen, das ist nicht so geil. Wisst ihr, was ich meine? Da kann man einfach sagen, so, hey, bist du sicher, du hast alles schon bewegt oder so, wenn man sieht, dass er seine ganze Armee noch nicht bewegt hat. Wie gesagt, wir haben neue Leute und so weiter. Ihr müsst den Gegner nicht das Spiel erklären, darum geht es nicht. Ja, aber dieses Gatja, so, das ist halt nicht geil. Nur so als kleinen Anlass vielleicht. So, Slow-Dice und Fast-Dice, das ist genauso wie alles andere. Sprecht euch mit eurem Spielpartner vorher ab, ja? Weil Slow-Dice ist ja eigentlich die Regel und wenn ich genau weiß, was jetzt in der Kanal zu mir kommt, dann kann ich da noch mal kurz drüber reden, ja? Aber die meisten wissen, worum es geht, ja? Ähm, ähm, ganz am Ende, dann, ähm, wenn man sich quasi darauf geeinigt hat, dass man die ganze Zeit Fast-Dice und dann macht einer einen Wurf, der einem nicht passt und dann sagt, ja, dem müsstest du aber Slow-Dicen, das ist Kacke. Spricht das vorher ab und sagt dann, okay, jetzt kommt ein wichtiger Wurf, jetzt werfe ich jeden Würfel einzeln, wie es richtig sein sollte, ja? Nicht, dass solche Situationen da zwischendurch entstehen, weil das ist halt ein bisschen doof. Ähm. Wie viel Leben haben die eigentlich? Ja, zwölf. Und die anderen stellen jetzt hinter der Rumpel in der Zahl an Bahnen. Ja, es war doch viel wie sonst nicht. Meine Damen und Herren, wenn ich überall, wenn ich mir das so anschaue, nicht? Ja, nicht überall. Ja, ja. Wenn ich mir mal das nütze, oder zwei, zwei, zwei. Das ist so. Dann würde ich mal ausgucken, und das Internet ein bisschen. Die Kleinegrift ist die 36 zur den großen 60. Mhm. Indirekt, die sind wahnsinnig, ne? Sechs Würfel, beinahe vier Plus. Gibt es Morte gut? Vier Morte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020